Moin Moin und recht herzlich willkommen zurück zur Episode 3. Die Episode 2 im Modul A hat ja, der Frank würde sagen, war ein wenig lang. Ich versuchte jetzt die Episode 3 ein bisschen kürzer zu sprechen. Und weiterer Hinweis, die nächsten Episoden, die werden dann mehr auch Inhalte reinbekommen, wo ich tatsächliche Werkzeuge zeige. Das heißt, da werde ich noch viel mehr Praxis zeigen. Heute das Thema persönliche Lernumgebung mit sogenannter Social Software gestalten. Was ist erstmal Social Software? Ganz kurz zusammengefasst ist Social Software, Software, also Programme, die Gruppeninteraktionen, Gruppenarbeit unterstützen. Und ein bisschen länger gefasst könnte man sagen, das sind Dienste, welche die Erstellung von Inhalten und Kommentaren, sowie die Interaktion, zum Beispiel Kommunikation zwischen Individuen und Gruppen, mit sozialen Feedback-Mechanismen verbinden und die Bildung sozialer Netzwerke unterstützt. Soziale Feedback-Mechanismen sind Dinge, denen ich Rückmeldungen geben kann. Das ist gut, das ist nicht so gut, das gefällt mir, das wird häufig genutzt von anderen Personen, das ist besonders beliebt, das sind soziale Feedback-Mechanismen. Bildung sozialer Netzwerke, das kennen Sie aus den Schülerverzeichnissen, StudiVZ und Facebook. Ich benenne bestimmte Personen als Freunde oder nehme die in Gruppen rein, etc. Der Thomas Bernhard und der Marcel Kirchner, die haben hier so eine Taxonomie von Social Software aufgebaut und haben das unterschieden in Bereiche, die eher was mit Kontaktaufnahme zu tun haben, die was mit Produktion und Reflexion von Inneren zu tun haben, Argumentation und Austausch und Kontaktpflege. Und dann gibt es so Dinge, die so irgendwie dazwischen sind, die vieles organisiert zusammenbauen. Also das sind Dienste, auf denen man andere Dienste integrieren kann. Und ansonsten sind hier vor allem rechts oben Social Networking, die sozialen Netze, Social Publishing. Ich erstelle diesen User-Generated Content und stelle den zur Verfügung. Social Collaboration, man arbeitet zusammen. Zum Beispiel Google Texte und Labellen kann man in einem Dokument gemeinsam arbeiten. Oder Wikipedia, dort werden enzyklopädische Einträge zusammen erstellt. Und Online Communication ist dann die Kommunikation über das Netz, zum Beispiel über Skype, wo man miteinander telefonieren kann, über das Netz. Aber auch einfach Mail-Dienste, wo sie E-Mails hin und her schicken. Eine andere Form der Einordnung der Taxonomie ist diese hier, die ich auf Basis von einer früheren Taxonomie von Etienne Wenger aus 2001 überarbeitet habe. Und es ist ein bisschen differenzierter. Hier werden einmal kollaborative und individualisierte Suchdienste thematisiert. Das bedeutet, man integriert immer mehr Arbeiten und Lernen miteinander. Ich komme an den Punkt, wo ich plötzlich nicht weiter weiß und suche. Und dafür gibt es auch Suchdienste, die dann wiederum, wo man gemeinsam sucht, gemeinsames Arbeiten und sogenannten Projekträumen, soziale Strukturen, Online-Communities und Friend of a Friend heißt es, Friend of a Friend, wie zum Beispiel Zing zum Beispiel und Networking-Plattformen wie Facebook etc., wo man sich einfach kennenlernt. Konversationen, klar, E-Mail und Diskussionsgruppen, flüchtige Interaktionen, das ist dann synchrones Miteinander interagieren, zum Beispiel in Form von Chats, Instant-Messaging oder aber auch Online-Konferenzen, formales Lernen, klassische E-Learning-Räume wie zum Beispiel so ein bisschen Stud-IP. Da sieht man mal, wie wenig das eigentlich von diesem neuen Online-Lern-2.0 eigentlich ausmacht. Dann Wissensfilterung, es gibt so viel, wie komme ich eigentlich dahin, dass ich überhaupt das für mich Relevante finde, mit sozialen Lesezeichen erstellen und gemeinsames Filtern von Neuigkeiten und Informationen kann man dann arbeiten. Und Dokumente und Praxis, die werden abgelegt in sogenannten Wissens-Repositorien, da kann man Inhalte ablegen und man kann die Sachen natürlich auch publizieren. Ein Dienst, den wir uns da anschauen werden, das ist zum Beispiel Scribe, da kann man PDFs hochladen, runterladen und dann haben wir schon diesen zurückbildlichen Kreis hier wieder geschlossen. Das ist nochmal ein bisschen eine weitere Möglichkeit, das zu klassifizieren. Mit all diesen Werkzeugen kann man nun persönliche Lernumgebungen bauen. Persönliche Lernumgebungen sind Systeme, die den Lernenden helfen, ihr Lernen irgendwie so ein bisschen in die eigene Hand zu nehmen und die durch mit Online-Tools zu unterstützen. Und Stephen Downs weist darauf hin, dass es da nicht nur darum geht, Lernressourcen zu nutzen und konsumieren, sondern auch selber welche zu erstellen und auch wieder bereitzustellen. Und der Wolfgang Neuhaus, der sagt, der Vorteil von dem PNE ist, dass die Benutzer ihre persönliche Lernumgebung haben, die unabhängig von der Institution ist. Das heißt, egal ob sie hier an der Uni Bremen sind oder dann an eine andere Uni zum Beispiel ins Auslandssemester gehen, sie haben trotzdem ihre Umgebung und können sie für sich nutzen und können sie auch weiter ausbauen. Das ist jetzt hier ein Beispiel, was macht man denn eigentlich so in der persönlichen Lernumgebung? Und da sind ganz, ganz viele Sachen. Ich male zum Beispiel vielleicht Abbildungen, ich sende große Dateien, ich möchte irgendwie meine Literatur stellen, meine Literatur verwalten, ich möchte interessante Sachen, die ich lesen sollte, die mich interessieren, erhalten und so weiter und so fort. Und ich hätte so eine ganze Reihe von Dingen, die man da so machen kann und hat dann immer wieder Dienste hier angeboten. Und da sehen Sie schon, aha, das sind alles hier Dienste. Digo, Netwipes, Etherpad, Glyphi, Zotero, alles spannende Namen. Die werden wir uns im Detail anschauen. Das sind also Sachen, die man machen kann, und die sollte man dann aber in irgendeiner Weise dann auch weiter integrieren. Hier sieht man noch mal ein bisschen schöner visualisiert, was hat man so alles, was macht man so alles für Dinge. Hier ist so ein ganz bisschen angedeutet, dass man hier auch so ein analoges System vielleicht hat. Das finde ich ganz wichtig. Da muss man auch mal sehen, wie die Passungen sind zwischen, wie kriege ich eigentlich die Sachen, die ich online habe, wieder ins Analoge und man möchte auch nicht immer vor dem Rechner sitzen. Hier sind verschiedene Dienste, wie zum Beispiel Remember Mimic, das ist so ein Aufgabenlistenverwalter, den wir uns anschauen werden, und so weiter und so fort. Also man hat so ein bisschen seine Bausteine und baut sich dann was wie mit einem Lego-System zusammen. Und das kann auch, das hat natürlich auch immer eine Entsprechung im Realen, das heißt, ich brauche entweder Geräte, auf denen ich das hier laufen lasse, ich habe aber auch analoge Dinge, wie vielleicht meine Kladde und ich habe vielleicht auch ein paar Bücher dabei und noch einen alten Kassettenrekorder, wo ich vielleicht was aufnehme und so weiter und so fort. Das kann also eine Sammlung von all den Dingen, Ressourcen, die ich nutze fürs Lernen. Und es wäre toll, wenn wir vielleicht am Ende des Seminars auch ein paar Bilder von Ihnen haben, wie so eigentlich Ihre Sammlung aussieht. Wir haben etwa gesagt, persönliche Lernumgebungen, die helfen bei der Informationssuche, beim Sammeln und Strukturieren von Informationen, beim Arbeiten, Analysieren. Sie unterstützen einen bei der Reflexion. Es gibt Präsentationswerkzeuge, die tut man dort hinein. Werkzeuge, um Dinge zu erstellen und zu teilen und sich zu vernetzen. Das hört sich ziemlich an nach unserem Seminar irgendwie und insofern gibt es eine sehr gute Passung zwischen diesem Thema persönliche Lernumgebung und dem Erfolg der Studierenden im Internet. Und deswegen ist auch Ihre Aufgabe, sich ein Lernprojekt herauszunehmen und da dann so eine persönliche Lernumgebung zu entwickeln. Ja, und damit sind wir schon am Ende des Modul A angekommen. Das war hier die Übersicht. Wir haben tatsächlich in der ersten Episode was zum Organisatorischen gesagt, in der zweiten Episode Web 2.0 in Lernen und eben gerade eine kurze Einleitung zum Thema persönliche Lernumgebung. Und in zwei Wochen gibt es das neue Modul Erfolgreich Studieren und da sprechen wir dann darüber, was das eigentlich bedeutet, erfolgreich studieren, wie man das machen kann. Und wenn Sie jetzt überlegen, oh, jetzt hätte die ganze Zeit über persönliche Lernumgebung gesprochen, musste ich da irgendwelche Software installieren auf meinen Rechner. Sie können ganz entspannt sein. Man kann einfach eigentlich als Grundlage einer persönlichen Lernumgebung im Allgemeinen einen ganz normalen Webbrowser. Wir werden hier die meisten Beispiele zeigen mit Firefox. Es gibt mittlerweile ein paar andere Browser, die plattformübergreifend da sind. Also das wäre dann noch Google Chrome und Apple Safari, die zumindest in Windows und Mac verfügbar sind, Chrome auch für Linux. Die haben mittlerweile auch die Möglichkeit, Add-ons zu installieren. Es gibt ein paar Add-ons, die wir zeigen wollen, die es nur auf Firefox gibt. Und insofern werden wir doch, wo schon die meisten, Beispiel Firefox zeigen. Ich werde aber trotzdem auch ein bisschen darauf eingehen, warum es sowieso sinnvoll sein kann, mehrere Browser zu nutzen. Hier wie immer die Quellen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt einen guten Einstieg in das Seminar, in das erste Modul. Und schauen Sie bitte aufs Blog, da stehen die Arbeitsaufträge und alles drauf und wie Sie in Ihr Blog kommen und so weiter und so fort. Viel Spaß und danke, dass Sie dabei sind. Okay.